Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag an die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Momentan traden wir bei ungefähr 20.300 US-Dollar. Wir sind wieder etwas abverkauft worden. War aber im Endeffekt klar, wegen unserem Rising Redge. Warum, wieso, weshalb. Gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Ansonsten würde ich sagen, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich versuche heute ein bisschen langsamer zu reden. Ich habe gestern wirklich durchgerattert. Das ist mir dann so im Nachhinein aufgefallen, wo das Video dann hochgeladen hat. Und haben auch ein, zwei in die Kommentare geschrieben. Also auf jeden Fall Entschuldigung dafür gestern. Ich versuche heute ein bisschen langsamer zu reden. Ansonsten, wie gesagt, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Und wir starten jetzt durch. Momentan bei ungefähr 20.300 US-Dollar. Wir sind auf dem 1-Stunden-Chart unterwegs. Wir haben ja gestern schon darüber geredet, dass wir uns hier in diesem Golden Pocket aufhalten. Von unserer Abwärtsbewegung, sage ich mal. Da sind wir dann auch ein bisschen konsolidiert. Sind sogar noch bis fast ins 0786 hervorgestoßen. Also hier Short-Entry, Stop-Loss da drüber. Plus diese 1-Stunden-Supply-Zone waren dann doch etwas too much für die ganzen Kursbewegungen, sage ich jetzt mal. Aber gut, es hat daran schon gelegen. Wir hatten eine Bearish Divergence auf den 1-Stunden, ich glaube 2-Stunden und 3-Stunden sogar. Plus wenig, wenig Handelsvolumen. Wir hatten nochmal so einen kleinen Peak nach oben. Der wurde dann aber sofort wieder abverkauft. Und seitdem taumeln wir so etwas dem Abgrund entgegen. Was ich jetzt schon bei manchen gesehen habe, ist wieder so ein Head-and-Shoulders-Chart-Pattern. Danach aber ganz ehrlich, würde ich nicht gehen auf so kleinen Timeframes vor allem. Plus wir sind ja übergeordnet weiterhin in einem Downtrend. Wir haben kein höheres Hoch gebildet. Tiefere Hoch, tiefere Hochs plus Lower Low. Hier müssen wir jetzt schauen, wie es jetzt weitergeht. Ansonsten 1-Stunden-200er SMA, 200er EMA waren auch etwas too much Widerstand. Wir haben später noch Fettsitzungen anscheinend wieder, was ich so am Rande wieder mitbekommen habe. Also jede Woche grüßt das Murmeltier im Endeffekt. Jede Woche der gleiche Mist, aber es soll später anscheinend nochmal eine Rede sein von Powell. Könnte dann auch wieder ein bisschen Auswirkungen haben, wobei man da immer ein bisschen vorsichtig sein muss, wieder nicht zu viel Bearishes rein zu interpretieren. Beziehungsweise wir hatten es ja letzte Woche bei der Fettsitzung oder vorletzte Woche, wann es war mit diesem Peak hier, wo wir erst abverkauft wurden. Dann ging es doch nach oben, bevor dann der Downtrend einfach weitergesetzt wurde. Deswegen versucht so wenig wie möglich zu handeln, so in dieser Phase, wenn diese Sitzung dann wieder ist oder die Rede am besten. Ja, nur mal so kleiner Tipp am Rande. Der Short von mir bleibt auf jeden Fall offen, beziehungsweise ist schon Entry wieder drin. 21.1 war glaube ich Entry. Damit ist der Stop-Loss jetzt auch auf Entry wieder gesetzt, Profite genommen. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal weiter. Ziel, würde ich erstmal sagen, was ist das eigentlich hier für eine gelbe Linie? Keine Ahnung. Ja, Ziel erst einmal, legen wir jetzt wieder das FIP richtig an. Oh Mann ey. Können wir jetzt erstmal das FIP dazu noch anlegen. Nach unten hin wäre das übergeordnete Ziel, sage ich mal 19.000 US-Dollar. Hier liegt das Golden Pocket dieser Aufwärtsbewegung auf jeden Fall im Blick behalten. Deswegen Profite auch hier bei 19.600 auf jeden Fall nochmal nehmen. Und dann bei diesem kleinen Golden Pocket. Bericht dieser Support wird es wahrscheinlich relativ flott hier in diese Region zwischen 18.000 und 17.600 US-Dollar gehen. Und dann müssen wir gucken, wie sich die Kurse weiterentwickeln. Ob wir dann unseren kleinen doppelten Boden kriegen mit einer Konsolidierung und dann Breakout nach oben. Oder ob wir wirklich tiefere Kurse noch einmal sehen. Wir können nochmal auf einen 4-Stunden-Chart gehen. Da sehen wir, dass hier unten eine 4-Stunden-Demand-Zone ist. Also deutlicher, deutlicher Support. Wäre wirklich ein perfekter doppelter Boden. Sollten wir hier unten dann irgendwann mal konsolidieren. Das Volumen ist weiterhin abfallend. Wir haben RSI, sage ich mal, im normalen Bereich. Hier gibt es wirklich wenig zu sagen. Schauen wir uns den Daily nochmal gleich dazu an. Auch hier meilenweit von den EMA Ribbons entfernt. Die aber wiederum da liegen an unserem Ziel, wo wir immer darüber geredet haben. 24.000, 25.000 US-Dollar. Schreibe ich auch nicht ab. Wäre auch das Preisziel. Sollten wir dann hier wirklich einen doppelten Boden bilden. Deswegen behaltet es mal im Hinterkopf. Wir haben auch so ein kleines Cross um RSI. Aber ganz ehrlich, würde ich auch nicht überbewerten. Volumen weiterhin deutlich abfallen. Momentan spricht einfach mehr für Downside. Darauf müsst ihr euch auf jeden Fall einstellen. Nicht jetzt wieder zu euphorisch werden. Aber ganz ehrlich, auch nicht zu bearish. Also nur wegen so einer Rede jetzt in manchen Gruppen, da schon wieder Halligalli ist. Oh Gott, wir gehen jetzt wieder hier Richtung Dump in Richtung 17.000, 15.000 oder sowas. Kann passieren. Ganz ehrlich, 17.000 sind nicht weg vom Fenster. Trotzdem nicht überreagieren. So, dann Ethereum. Allergleiches Spiel auch hier. Wir haben hier gestern drüber gesprochen, dass wir hier eine Double oder Triple Bearish Divergence auf jeden Fall schon mal hatten. Aber auf den kleineren Timeframes, nicht auf den 4 Stunden, sondern auf den 1 Stunden, sehen wir hier ganz gut, wie sich das angestaut hat. Plus 200 der EMA, 200 der SMA auf dem 1 Stunden Chart. Deutlich, deutlich Widerstände. Normalerweise sprechen wir hier auf dem Kanal über den 4 Stunden 200 der SMA und EMA. Aber momentan ist der Markt wirklich so schwach, dass wir sogar schon Probleme haben hier auf den 1 Stunden mit diesen zwei Widerständen. Deswegen auch hier Short Position eröffnet. Short mittlerweile Stop Loss Entry und dann jetzt einfach Profite nehmen nach unten hin. Wäre das übergeordnete Ziel bei ungefähr 975 US-Dollar, sage ich mal. Aber wir haben hier halt natürlich eine relativ große Zone, um einen 4 Stunden Chart zu gehen, die hier mit Liquidität noch gefüllt werden möchte. Also ihr seht, diese ganze Zone hier möchte auf jeden Fall noch mit Liquidität gefüllt werden. Deswegen so 725, 775. Das ist auf jeden Fall das Ziel dieser Abwärtsbewegung. Äh, 925, habe ich jetzt 700 gesagt. 900 auf jeden Fall. Auf jeden Fall beachten, dass wir auch hier nochmal einen deutlichen Kurs bzw. Satz nach unten hin sehen könnten. Auf jeden Fall. Deswegen alles weiterhin Downside gerichtet. Gut, Cardano Hard Fork verschiebt sich, habe ich gestern so auch am Rande ein bisschen mitbekommen. Kurs reagiert überhaupt nicht, auch hier. Aber hier gehen wir mal ganz kurz auf den Daily Chart. Denn hier haben wir zumindest eine kleine Daily Bullish Divergence, die zwar schon einigermaßen ausgespielt hat, aber trotzdem noch intakt ist. Würde aber invalide werden, sollten wir jetzt hier deutlich nochmal einen Impuls nach unten hinkriegen. Dann müssen wir wieder auf den kleineren Timeframes gucken. Und trotzdem auf den Daily schon mal gutes Zeichen, damit wir vielleicht sogar eine kurzfristige Trendwende gehen, würde ich aber auch nicht zu überinterpretieren. Und dann schauen wir uns auch XRP an. Auch hier Daily Bullish Divergence, sieht man hier ganz gut. Tieferes Tief im Chart, höheres Hoch im RSI. Gutes Zeichen. Trotzdem auch hier wenig Bewegung, eher momentan Nachkaufkurse. Habe ich euch ja schon erzählt. Video wird wahrscheinlich Freitag oder Samstag kommen, wo ich euch sage, wo kaufe ich, welche Altcoins kaufe ich. Und wird auf jeden Fall am Wochenende, denke ich mal, dann kommen und auch fertig sein. Gut, soviel dazu. Gibt eigentlich sonst wenig im Markt. Wie gesagt, der Markt etwas rot heute. Bitcoin Dominance bei 44,3%. Auch hier wenig Bewegung. Passt auf euch auf. Auf jeden Fall wegen der Fettsitzung überstürzt nichts. Denn meistens ist der erste Move der Fake Move. Darauf ein bisschen achten. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht tiefer darauf eingehen, dass wir jetzt hier komplett bearish oder sonstiges werden. Passt einfach darauf auf. Kleine Warnung von mir. Downside ist auf jeden Fall weiterhin vorprogrammiert. Außer wir kriegen hier wirklich mal ein signifikant höheres Hoch. Gut. Dann News. Kolumbien. Bitcoin. Die Lösung gegen Kokain. Hm. Bitcoin kann vieles lösen. Vielleicht auch Kokain. Äh. Keine Ahnung. Ach, ihr wisst, was ich meine. Äh. Der Artikel habe ich euch heute früh schon in die Telegram-Gruppe gepostet, weil ich ihn ganz cool fand. Vom Christopher geschrieben. Herzlich willkommen nochmal bei Crypto-Guru. Äh, Christopher. Ähm. Ja. Ansonsten schaut einfach vorbei. Den Artikel, wenn ihr noch nicht gesehen habt, bei Crypto-Guru oder anderen News. Ähm. Ja. Soviel zu mir. Ich hoffe, ich habe heute ein bisschen langsamer geredet. Wenn nicht, schreibt es unten gerne in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein paar Kommentare unten rein, um den Algo ein bisschen zu pushen. Von mir aus auch gerne ein paar Alcoins unten rein, die wir uns dann wieder im Laufe der Woche anschauen. Vielleicht auch für das Alcoin-Video von mir dann interessant werden. Schauen wir auf jeden Fall mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein Chilling machen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen Nachmittag zu einem ganz normalen Update-Video wieder. Früh schaffe ich es einfach nicht. Ähm. Ja. Soviel dazu. Wir hören uns morgen wieder. Stay Crypto. Und lasst ein Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Und bis morgen. Ciao, ciao.